Sieht so ein strahlender Sieger aus, mit sichtbaren Wunden, vom Schmerz gezeichnet? Der Schmerzmann sitzt am offenen Grab, das dunkle Loch, der Tod noch sichtbar. Die Dornenkrone hat bleibende Spuren hinterlassen. Aber Christus ist auferstanden. Er hat den Tod besiegt. Er macht die Dunkelheiten des Lebens hell. Er nimmt unsere Trauer und unsere Schmerzen und verwandelt sie in Freude. Er verbindet die Erde mit dem Himmel. Christus lebt. Halleluja! 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 Very good, man, we are all the boys and these cannot comeEverybody. Halleluja! Halleluja! Helleluja! Halleluja! Halleluja! Untertitelung des ZDF, 2020